Nö, gar keiner. Okay. Wer soll ich denn wissen, welcher Stein hier der richtige ist? Mal im Ernst. Jetzt kann es eins nur noch einer von hier unten sein. Es ist keiner von da unten. Okay. Komme ich nicht von hier? Nee. Doch, ich glaube, ich komme von hier. Ich bin gerade am Anfang des Levels, Zombie. Oh, nö. Dann gehen wir mal hier oben rein. Dann gehen wir hier rein. Keine Ahnung, was das sein soll, aber okay. Mir hilft es. Okay. So viel ist so ein Thema. Mir hilft es. So, jetzt reißt du mit Bumarang-Time. Bams, 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 bams. Die halten aber mehr aus als sonst. Boah, es war ja klar, dass genau in dem Moment die schießen, wenn nicht da... Ist da was? Ich probier mal was anderes. Boomerang-Time! BAMS! BAMS! Okay, so geht's natürlich auch. Guck mal, weißt du, sind jetzt meine Bomben leer. Die finden ein Herz, aber keine Bomben. Ich brauch Bomben. Hab ich grad das Spiel gepackt, oder was ist hier los? Warum nicht find's nochmal die große Truhe? Das war nämlich lustig. Fieh, 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 Fieh. Ihr geht erstmals weg. Ich will die Fee, nur die Fee. Verdammt, sie hat mich gleich mal. Du bist mir egal, du bist... Ah! So, ich glaub wir müssten da... Nicht lang. Aber wir konnten den Schein verschieben. Das ist schon mal... Gut. Roter Rubin, roter Rubin, roter Rubin, roter Schlüssel! Bombe! Acht Bomben, noch besser. Totenköpfe, die rumfliegen. Komische Pinguine. Ja. Großen Zehen. Die Tür gehen da natürlich nicht auf. Wer hätte es auch nicht erwartet. So stimmt der hier. Ja. Das war ja so klar. Gehen wir jetzt nach oben oder nach unten? Ich weiß es nicht. Okay. 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 Hallo. Eigentlich will ich es zur Truhe. Ich hab nur keinen Platz und schümmel, wo die ist. Dann gehen wir doch nochmal in den anderen Raum. Hier müssen wir ja nur ausweichen. Nun, nein, 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 nein. Nun, nein, 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 laaaa. Jo, bestaunt meine akrobatischen Ausweichkünste bei so viel Geschossen und, ja, sieht ja. Das ist nicht klar solch. Haha, ahahaha, ahaha. Wumich, dass die auch mich trotzdem sehen. So. Bams. Bams. Bams, 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 Bams. Danke. So war hier oben die Truhe nicht, oder was das? Bams, 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 so. Fee, komm her, komm, komm. Kommst du wohl. Danke. Fee, noch eine, yay. Ist aber immer noch nicht der Raum mit der Truhe. Oh. Ach, du Scheimkleister. Wir gehen gleich mal wieder raus. Danke. Danke, danke, danke. Für nix. Ja. Nochmal danke für nix. Danke, danke. Danke. Ha, ha. Wir kommen mal zu den Teleporta. Yay. Meines Erachtens war hier doch irgendwo mal die Truhe. So, dann müssten wir hier runter. Und dann hier hoch. Dann mussten wir hier lang. Dann mussten wir hier hoch. So, hier weiter hoch. Dann kam hier wieder so ein toller Raum mit einer Fee. Die wir auch bitter nötig haben. Yay. 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 Und dann mussten wir hier weiter hoch. Und in den nächsten Raum, wo wir hoffentlich nur einen Stein verschieben mussten. Und ich glaub weiter hier hoch. Und dann glaub ich noch eins weiter hoch. Fee, 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 danke. So, und ich glaub, hier mussten wir auch noch ein zweiter hoch. Hier mussten wir ihn nochmal verschieben. Und ich glaub hier war dann die Truhe. Da war die Truhe ein zweiter hoch. Keine Ahnung. Achso, jetzt müssen wir hier erstmal wieder verschieben. Ich rememberly so Matt st Heb. .